Wer fängt denn jetzt an? Ja, wenn du meinst, go ahead. Hi, wir sind Leo und Marlin von Smallstrides. Am 26. Juni dürfen wir zu Gast sein auf der Warehouse-Stage in Gummersbach. Ja, wir freuen uns drauf. Das wird, glaube ich, geil. Das wird ziemlich cool, um den Witz zum zehnten Mal zu bringen. Unsere Freunde von Woodchip, die waren da auch letztens. Ein Küsschen geht raus und das Set von denen könnt ihr euch auch noch auf YouTube angucken, um mal zu sehen, wie schön die Bühne ist, wie toll das Ganze da klingt und wie toll das Ganze da aussieht. Ja, wir werden wahrscheinlich so in etwa eine Stunde spielen von unseren alten Songs, von unseren neuen Songs, von unseren unreleased Songs vielleicht auch. Und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf euch. Schaltet ein. Bis dann. Ciao. Mit den beiden Fingern. Schaltet ein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.